Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Fertig, Kost und To Go. Die Regale in den Supermärkten füllen sich mit Fertig- und To-Go-Produkten. Dieses auch, weil viele nicht mehr in der Lage sind, sich frische Nahrung zuzubereiten. Bei nicht wenigen ist es Zeitmangel, wobei auch leider viele das Kochen einfach nicht mehr beherrschen. Gerade mal eine Generation ist es her, dass die Aufgabenverteilung in den Familien so gestaltet war, dass die meisten Personen in unserem Land täglich frisches und somit weniger gesundheitlich bedenkliche bzw. erheblich gehaltvollere Lebensmittel gegessen haben. Ein Video zum Thema Familie findest du oben unter dem i. Traurig genug, dass ein Alleinverdiener heute nicht mehr in der Lage ist, eine Familie zu ernähren, sodass es mehrere Verdiener in jeder Familie braucht. Unter dem i findest du auch ein Video zum Thema Arbeit und Soziales. Die Lebensmittel im Handel, ganz vorne die Fertigprodukte, sind jedoch aufgrund der Haltbarkeit mit Chemikalien und Zusatzstoffen versetzt. Diese chemischen Zusätze sorgen auch für ein gutes Aussehen von im Grunde schlechter Qualität. Der Nährwert dieser Produkte bleibt dabei oftmals auf der Strecke. Leider gibt es viel zu viele Inhaltsstoffe, die nicht angegeben werden müssen, um vollständig informiert zu sein, was man mit diesen Speisen zu sich nimmt. Ein Video zum Thema Kennzeichnungen von Lebensmitteln findest du oben unter dem i. An dieser Stelle sollte man den Umweltaspekt nicht außen vor lassen. Keine Frage, auch beim Kochen entstehen Abfälle. Mit den Fertig- und To-Go-Produkten wachsen jedoch die Müllberge mit Plastikverpackungen und Verbundstoffen, die nicht so ohne weiteres abbaubar oder verwertbar sind. Viele dieser Abfälle landen in den Weltmeeren und verschmutzen unsere Umwelt. Über die Problematik des Mikroplastik und wie diese unsere Lebensmittel kontaminiert, wird es noch ein gesondertes Video geben. Trotz allem, was bisher gesagt wurde, kann ich verstehen, dass man, wenn man den ganzen Tag arbeiten war, abends nicht mehr die Lust hat, sich hinzustellen und zu kochen. Für eine ausgewogene Ernährung und um nicht durch Mangelernährung krank zu werden, sollte neben diesen Produkten ab und an auch frisches Essen auf den Tisch kommen. Dafür lohnt es sich, einige Gerichte, die man gerne isst, auch selber kochen zu können und deren Zubereitung zu lernen. Es geht schließlich um die eigene Gesundheit. Umso betrübter ist das, was ich jetzt thematisieren will. Im Handel, ausgenommen an den Frischetheken und in der Gemüseauslage, also alles, was verpackt in den Regalen liegt, ist nahezu alles auf Menge, Zeit und Kostenersparnis ausgelegt, sodass selbst gewöhnliche Rohstoffe bereits mit diesen zuvor genannten Zusatzstoffen versehen sind. Lange Listen mit Inhaltsstoffen machen dieses deutlich. Die Themen Fleisch, vegetarische Produkte, Saatgut und Zucht sowie Tierhaltung werden noch in gesonderten Videos behandelt. Um Kosten zu sparen, wird auf minderwertige Inhaltsstoffe zurückgegriffen. Nicht selten das gesundheitsschädliche Palmöl und Palmfett, dessen Abbau auch Umweltschäden verursacht. Ein Video zum Thema Umwelt findest du oben unter dem i. Mit Aromen und künstlichen Geschmacksverstärkern werden nicht existierende Inhalte vorgetäuscht. Zudem ist der Fett-, Zucker- und Salzgehalt besorgniserregend hoch, was eine gesunde Ernährung noch erschwert. Selbst ellenlange Listen mit Inhaltsstoffen auf den Produktverpackungen sind zumeist unvollständig, weil nicht alles deklarationspflichtig ist. Dazu ebenfalls mehr in meinem Video zu Kennzeichnungen oben unter dem i. So düster es auch klingt, aber es ist dennoch möglich, sich durch Selberkochen einigermaßen ausgewogen und gesund zu ernähren. Je mehr man selber macht und auf je mehr natürliche Rohstoffe zurückgegriffen wird, umso gesünder und hochwertiger ist die Kost, die man zu sich nimmt. Tiefgefrorene Produkte sind oftmals noch den abgepackten vorzuziehen. Wenn man im täglichen Kochen diese vorgenannten, nicht so hochwertigen Produkte ergänzend verwendet, ist es gesünder, als sich vollständig mit Fertigprodukten zu ernähren. Grundsätzlich gilt, je kleiner die Liste der Inhaltsstoffe, umso unbedenklicher sind die Produkte. Abschließend will ich auf unerfüllte Erwartungshaltungen eingehen. Viele glauben, dass man beim Bäcker nur hochwertige und korrekt zubereitete Backwaren bekommt. Erst recht, wenn auf traditionelles Handwerk hingewiesen wird. Leider sind viele Bäcker auf Fertigbackmischungen für Brot, Brötchen und viele andere Produkte umgestiegen, um Teige nicht mehr lange ruhen und gehen zu lassen. Dafür werden Enzyme verwendet. Die Folge der zu kurzen Ruhe- und Gärzeiten, gerade bei Brot, führt bereits zu ausufernden Unverträglichkeiten von Gluten- und Zöliakieerkrankungen. Natürlich gibt es Bäcker, die auch noch natürlich und somit gesund produzieren. Die Zahl ist leider schwindend. Umso trauriger ist, dass auch in den meisten Restaurants, anstelle frisch zu kochen, auf Fertigprodukte und Tetrapack zurückgegriffen wird. Je nach Restaurant wird mehr aufgewärmt als frisch zubereitet und junge Köche in Ausbildung lernen nur noch bedingt ihr Handwerk. Ich kann nur von mir reden, aber wenn ich in ein Restaurant gehe, erwarte ich frisch gekochtes Essen auf meinem Teller. Aufwärmen kann ich auch zu Hause, was obendrein erheblich weniger kostet. Für von einem Koch zubereitete hochwertige Speisen bin ich bereit, auch mehr zu bezahlen. Als Koch sehe ich meinen Berufsethos verletzt, wenn ich auf Fertigprodukte zugreifen würde und meinen Gästen so etwas vorsetzen würde. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.